Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Markus Reichel. Ich bin der Abgeordnete im Bundestag für Dresden-Süd. Und außerdem bin ich der Kreisvorsitzende der CDU hier in Dresden. Und ja, ich will, dass Dirk Hilbert der nächste Oberbürgermeister wird, dass er Oberbürgermeister bleibt. Denn mit ihm gemeinsam können wir eine gute, eine erfolgreiche bürgerliche Politik für diese Stadt machen. Und das ist für uns als CDU auch wichtig, weil wir bereits jetzt von 2022 bis zur Stadtratswahl 2024 denken. Und deswegen wollen wir gemeinsam gute Dinge voranbringen. Da geht es um Bauen. Es muss mehr und es muss bezahlbar gebaut werden. Da geht es um Ordnung und Sicherheit. Und natürlich, es geht auch gerade jetzt um eine gute, gesunde, mittelständische Wirtschaft, um das Handwerk, welches wir weiter voranbringen wollen. Hierfür und für vieles mehr steht der Hilbert. Hierfür und für vieles mehr steht die CDU. Und deswegen arbeiten wir zusammen. Deswegen unterstütze ich ihn. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ihm Ihre Stimme am 12. Juni geben.